Und als nächstes, liebe Zuhörer und Zuschauer, möchte ich Ihnen, darf ich Ihnen etwas ganz Besonderes präsentieren. Den Mega-Sommerschlager 2024, den so wirklich niemand erwarten konnte. Der Florian, die Helene und die Andrea haben sich zusammengesetzt und haben diesen Hit in Kooperation produziert und werden den jetzt auch live hier bei uns performen. Ich freue mich sehr auf den Sommerhit. Mein Ruhestein hat Abklingzeit. Bühne frei! Ich bin für die Instanz noch nicht bereit, denn mein Ruhestein hat Abklingzeit. Ich bin der Tank, doch meine Gruppe möchte los. Sie drängeln rum, sie wollen nicht mehr warten. Der Heiler meint, ich sei der allergrößte Spaten, doch mein Ruhestein, der hat Abklingzeit. Abklingzeit, oli, 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 oli. Abklingzeit, oli, oli, oli. Abklingzeit, oli, 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 ja, Abklingzeit. Mein Ruhestein hat Abklingzeit. Abklingzeit, oli, 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 oli. Bis zum nächsten Mal.